Kinder sind etwas ganz Besonderes. Sie bringen dich zum Lachen und zum Staunen. Sie machen einfach was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Aber mit Sky habe ich auch heute noch die Freiheit zu schauen, wann ich will, wo ich will und mit wem ich will. Ich kann ihn verabschieden, wenn er nach wie ein paar Blätter vor mir muss. Und dann nicht mehr, was ich vielleicht mehr Known.